herzlich willkommen eintracht braunschweig in der zweiten bundesliga hat daniel scherning nach der 1 zu 5 pleite auf schalke etwas verständlicherweise angefressen gesagt ich sage jetzt herzlich willkommen zurück in braunschweig las danke schön du warst auf schalke wie war es denn für dich so ich habe eine gute currywurst gegessen die ist nicht schlechter das stimmt die ist die im presse catering habe ich ja letztes jahr auch genießen dürfen dies nicht verkehrt und ich muss auch sagen so ab und zu im jahr bin ich auch ein kleiner fan dieser ruhrpott currywurst wobei ich jetzt dieses niedersächsisch ist es das niedersächsische original der phosphatriegel eines großen automobilherstellers will ich jetzt auch nicht verschmähen passt ab und zu auch mal rein aber es gab auch kuchen habe ich aber glaube ich nicht viel von gesehen ja und sportlich hat das jetzt nicht ganz so viel spaß gemacht da am samstagabend das ging mir ähnlich ich war nicht im stadion aber habe es natürlich verfolgt fünf stück zum auftakt man hatte sich viel vorgenommen nach der vorbereitung gab so eine gewisse euphorie auch im raunschweig was bedeutet das jetzt für den für den saison start den wir jetzt nicht nur auf ein spiel projizieren sondern das ein bisschen ein bisschen mit weiterem winkel mal betrachten wollen keine punkte das schlechteste torverhältnis der liga nach spieltag eins aber ansonsten eigentlich noch nicht so viel würde ich sagen würde ich auch sagen warum denn ich ja es war ein undankbares auftaktspiel riesen kulisse auf schalke und die mannschaft schienen in dieser neu zusammengestellten form dafür noch nicht bereit zumindest in den anfangs minuten und ja dann kriegen sie dieses frühe gegentor langer ball blöder stellungsfehler sowohl vom verteidiger als auch ein bisschen vom torhüter würde ich sagen dass das der mohr da sich erst mal so leicht durchsetzen kann und dann halt zur bogenlampe ansetzt darf nicht passieren am ende macht das dann clever aber dann gehst du halt schon wieder mit dem rückstand früh in so ein spiel das zweite ist und ping pong ding und allein schon so diese hypothek der zwei tore dann abzutragen das wäre schon schwer genug gewesen für den rest des spiels dann kommen sie noch mal ran nach der ecke machen sie eigentlich ganz passabel aber jetzt auch nicht so dass ich sagen würde da hat jetzt eintracht richtig gedrückt hatte richtig klare chancen also auch ich will jetzt auch nicht diese in anführungszeichen gute phase zu gut reden und was dann hinten raus passiert ist das ist dann für mich unerklärlich wie man drei gegentore so einfach und in so kurzer zeit fressen kann ich habe glaube ich auch geschrieben du kannst auf schalke verlieren aber eben nicht so ja es waren also so viele kleinere unzulänglichkeiten also es gab dann bei denen bei denen ich glaube es waren die letzten beiden tore dann ein ballverlust von rayon philippe im mittelfeld wo er irgendwie ins dribbling geht wo es eigentlich nicht sein muss dann hat vor dem zweiten tor spielt johann gommes auch im mittelfeld irgendwie ein fehlpass und dann fehlt hinten aber das was eigentlich ja die truppe in der scherning zeit der vergangenen saison auch irgendwie ausgezeichnet hat dass alle irgendwie mit leidenschaft das also ich will jetzt hier niemandem die leidenschaft absprechen aber dass das alles strukturiert die eigene kiste verteidigen ich meine der karamann der kann sich da irgendwie in den strafraum dribbeln wie er lustig ist da hat dann doch irgendwie an vielen stellen der zugriff gefehlt ja und das ist halt auch nicht mehr die truppe vom letzten jahr sind viele neue leute dabei sechs waren in der startelf klar das muss ich erst mal finden daniel scherning hat auch gesagt vielleicht dauert es länger als sechs wochen wäre jetzt nicht so ungewöhnlich also bei bei so einem bei so einem großen umbruch dass das ein bisschen länger dauert bis ich das alles und man hat ja auch gesehen ich fand die abstände zwischen den linien waren zwischenzeitlich sehr groß die abstimmung hat noch nicht perfekt gepasst das positionsspiel von dem einen wenn der andere rausrückt da war noch viel dabei was dann nach vorbereitung aussah aber die vorbereitung ist eben vorbei ich glaube den gleichen satz hat ermine bietzakic dann hinterher auch gesagt aber es war halt auch schalke schalke hat sich in rausch gespielt vor 60.000 das kann am sonntag schon wieder ganz anders aussehen muss am sonntag auch wieder ganz anders aussehen gegen den ersten fc magdeburg im ersten heimspiel der saison und ja ich würde sagen dieses spiel auf schalke hat für den moment noch nicht so viel aussagekraft einzeln betrachtet sollte sich das jetzt verfestigen und das immer wieder passieren dann muss man natürlich über gewisse dinge sprechen härter damit ins gericht gehen aber so ist es halt bitter tut weh jetzt müssen sie halt weitermachen ja ich hatte das das gefühl auch es waren viele abstimmungsprobleme und es wirkte noch so ein bisschen als wäre der saison start noch nicht so richtig angekommen bei denen zumindest einigen die da die da auf dem platz stand aber wie fandst du denn wie die akteure du hast ja wie wir das immer so machen nach den spielen mit mit spielern und mit dem trainer gesprochen wie fandst du denn das wie die damit umgegangen sind dann auch öffentlich vor dem vor dem mikrofon hast du da einen unterschied gemerkt zu früher das auf jeden fall wobei jetzt es gab jetzt keinen unterschied zu scherning und bicaktschitz letzte nein das meine ich nicht ich meine ich kann mich noch an die mixed zone nach dem kiel spiel erinnern letztes jahr erster spieltag in braunschweig und das war ja von beiden seiten einfach nicht schön anzuschauen kiel am ende aufgestiegen hätte man an dem tag auch nicht unbedingt gedacht aber da hieß es noch so ja es waren doch eigentlich gute ansätze und wir waren doch dran und wir haben doch nur null zu eins verloren und wahrscheinlich auch nur weil hassan kurucay sich dummerweise gelb rot in der 57 abgeholt hat aber auch damals hat man ja schon gesehen dass da nicht viel substanz in dem moment da war um spiele zu gewinnen das hat sich dann in den wochen danach so wie es gerade dann auch schon so angesprochen habe verfestigt und dann musste halt der trainer wechsel her der hat glücklicherweise gegriffen sonst würden wir jetzt hier über einen drittligisten sprechen aber die eintracht jetzt schon zum kommenden drittligisten zu machen dass es zu verfrüht ich glaube es ging schon wieder ein bisschen drunter und drüber so auch aus der enttäuschung heraus hat sich da der ein oder andere an seiner computertastatur in den kommentarspalten ausgelassen aber da vielleicht dann doch noch mal ein bisschen locker durch die hose atmen und gucken was die nächsten spiele bringen denke das auch also es gab durchaus zeiten da hätte es dann geheißen aber wir hatten doch zwischen weiß ich nicht minute 30 und 70 hatten wir doch eine gute phase das war doch gut das war jetzt nicht der fall also scherning und 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 ermine haben das ganz klar angesprochen und zwar ungeschönt und man muss jetzt wirklich auch das war schlecht und das darf so nicht passieren mit sicherheit das wissen die jungs aber besser als alle anderen jetzt aber gleich in panik zu verfallen ist doch deutlich zu früh da geht es geht es erst los nächste woche ist das erste heimspiel gegen magdeburg du hast es gerade schon erwähnt da sollte dann aber hoffentlich ein bisschen mehr gehen ja ich habe jetzt auch mehrfach so aus dem freundeskreis gehört so ja da müssen auch noch mindestens vier neue spieler her und alles stammspieler ich glaube hier würde sich keiner über vier stammspieler oder vier spieler von stammspieler qualität freuen die noch kommen aber zumindest zwei drei positionen waren ja auch schon vor dem schalke spiel klar dass sie dann noch verstärkt und noch anders besetzt werden sollen von daher würde ich da jetzt auch nicht wegen dieses einen spiels in aktionismus verfallen das war nicht gut das sah dann vor allem so in dieser endabrechnung nicht schön aus nur hilft ja nichts weitermachen ein neuzugang gab es noch kurz vor dem schalke spiel walid olcik ich weiß nicht olcik wenn jemand weiß wie man ihn genau ausspricht glaube olcik olcik dann schreibt es mal in die kommentare ich will hier nichts falsch machen der hat auch ein paar minuten bekommen auf schalke ich hatte so ein bisschen den eindruck dass er im ersten moment auch dachte er spielt noch in der zweiten niederländischen liga die ja sehr technisch geprägt ist wo auch durchaus jemand dribbling drin ist und meine leichte körper täuschung da was natürlich in der zweiten liga auch geht aber hier geht es dann vielleicht doch ein tucken schneller und vielleicht auch ein bisschen härter zur sache das hat er in den ersten szenen auch zu spüren gekriegt als er dann irgendwie von drei schalkern in die in die mangel genommen wurde hast du sonst neben tiefer gehenden eindruck schon von ihm dafür war seine spielzeit dann zu kurz klar du hast so ein bisschen gesehen dass der was am ball drauf hat aber auch der wird halt noch zeit brauchen das blöde ist halt einfach hat wie immer keine zeit ja schön wäre es natürlich wenn das jetzt gleich alles so ineinander greift gegen magdeburg dass der vielleicht ein paar minuten mehr macht gehe nicht davon aus dass er sofort in die startelf rein rotiert da wird es ein paar änderungen geben aber jetzt auch nicht so dass das scherning jetzt nach einem spiel alles über den haufen wirft auch dafür ist er nicht der typ ja der hat das potenzial zu helfen der hat eine gute technik der hat sich auch noch mal einen schuss hat er sich ja zugetraut ich habe mir vorher ein kleines highlight video von ihm aus den niederlanden angeguckt natürlich aber highlight videos aus bestimmten gründen auch highlight video und nicht lowlight video aber zumindest so runtergebrochen auf die abschlüsse sah das ziemlich gut aus hat ja auch gute statistiken gehabt zwölf tore ich glaube acht vorlagen im liga betrieb ja deswegen ist es für mich noch ein bisschen schwierig einzuordnen kriegt der die dinger regelmäßig aufs tor so exemplarisch fabio kaufmann traut sich ja auch öfter mal aus der zweiten reihe zu schießen aber da ist dann ja auch immer mal so ein bisschen risiko dabei dass es ein kleines field goal wird ja das hast du natürlich aber ich meine muss muss sich ja trotzdem also das heißt ja nicht dass jedes ding irgendwie acht meter übers tor geht so wollte ich damit auch nicht sagen rutscht ja schon ab nee ich meine man muss ja auch den 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 mut haben durchaus sowas zu probieren und ich glaube unser unser neuer ist ja also dem wird durchaus nachgesagt dass er das kann auch aus der zweiten reihe abzuschließen ja und ich fand von den spielern gab es im vergangenen jahr zu wenige die sich dann auch mal zugetraut haben außerhalb der box den den abschluss zu suchen oder außerhalb des strafraums ist natürlich mit all diesen berechnungsmodellen auch unbeliebter geworden ja das ist schlecht für die statistik für die expected goals für die expected gar nicht so schlechte erfahrungen gemacht manu ferai ich erinnere mich nur zu gern an dieses ding gegen nürnberg als er den da einfach mal gefühlt ansatzlos reinschweißt vielleicht kann der neue das ja auch gerade gesagt es wird ein paar änderungen geben gibt mal ein tipp ab ivanov in die dreierkette ich will mich aber noch nicht festlegen ob er jetzt für elas oder für nicolau reinkommt am ersten für elas wobei der eine echt gute vorbereitung gespielt hat ja es ist auch immer die frage ob man so einem dann ich meine der macht wirklich einen schnitzer vor dem vor dem 0 1 macht dann selber aber auch noch ein tor was erst mal nicht so schlecht ist eine gute leistung hatte keiner hinten aus dem aus dem abwehrverbund ob man so einem dann vielleicht auch noch mal eine zweite chance geben muss gerade vielleicht auch weil er noch ein weil er ja noch ein junger bursche ist und eben um nicht jetzt diesen diesen aktionismus voranzutreiben und zu sagen hier nach einem spiel sechs sieben änderungen in der startelf und dann es kann dir passieren dass du auch gegen magdeburg scheiße aussiehst und dann hast du plötzlich die verunsicherten aus der ersten woche die daraus genommen hast und dann kommen die nächsten dazu also es muss schon begründet sein aufgrund der trainingswoche vielleicht auch auf die aufgrund der eindrücke aus dem schalke spiel ivanov hatte ich als mögliche option von der bank oder war jetzt eine option von der bank jetzt eine für die startelf ich fand auch den sabo schabo echt nicht schlecht habt ein paar bälle festgemacht aber war halt noch nicht so angebunden weil es aber auch wenig situationen gab in denen seine kollegen mal quergelegt haben also es wurde viel drauf geballert auch aus spitzen winkel er hat sich da oft gut angeboten freigespielt jetzt auch noch nicht so dass ich sage boah aber so als groß gewachsene waffe da vorne drin so als als einer der auch mal ein ball halten und weiterleiten kann könnte ich mir das gegen magdeburg gut vorstellen rittmüller je nachdem wie fit er ist einfach aufgrund der der leistung auch aus der vergangenen saison da hat er gezeigt was er dem eintracht spiel geben kann sanussi bar hat es echt in gewissen momenten nicht verkehrt gemacht aber viel zug nach vorne drin immer wenn er sich getraut hat dann hat er auch ein paar paar meter gemacht mit seiner schnelligkeit nur so ganz zielstrebig und mit der nötigen zweitliga härte ausgestattet schien er noch nicht das den eindruck hatte ich auch aber schabo tatsächlich glaubst du eine mannschaft wie magdeburg deren spiel ja in der vergangenheit doch sehr sehr auf auf ballbesitz ausgelegt war glaubst du nicht ist es dann besser wenn du doch auf die auf die tempokarte setzt statt statt auf die wandspieler ich mag dieses diese bezeichnung überhaupt nicht aber diese die die fest festmacher karte nenne ich es jetzt mal andererseits haben sich ja jetzt die die ball besitz zeiten der eintracht auch ein bisschen erhöht also auf schalke stimmt wenn man mal auf den statistikbogen geguckt hat dann war das jetzt nicht in allen disziplinen schlecht wobei ballbesitz ja auch nicht immer ein zeichen von qualität sein muss ja auch diese variante conte philipp aus dem osnabrück test spiel mit viel viel tiefgang könnte eine option sein aber dafür habe ich dann von conte in den paar minuten die er auf schalke hatte auch zu wenig gesehen schabo hatte ja zumindest diese halbzeit um auf sich aufmerksam zu machen ja du müssen länger zeit und eben dann so den mix zu haben dass der sich auch mal fallen lässt und dann vielleicht auch jemanden nach vorne zieht den raum für philipp öffnet auch das kann glaube ich funktionieren du brauchst ja nicht unbedingt zwei zwei pfeile davon zwei pfeile meinst ein pfeil reicht ein pfeil reicht naja gut zumal man ja auch mit anderen spielern auch dieses tempo bringen kann also fabio kaufmann wäre ja auch einer der dann oft ein bisschen mehr außer 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 tiefe durchaus sein sein speed ausspielen kann muss man mal sehen was mit dem von dir angesprochenen marvin rittmüller ist ob das schon wieder start elf platz wird jetzt oder noch nicht wo man tippen schon oder hast du noch was vom herzen für den moment eigentlich nicht wir können gerne tippen tipp mal magdeburg schwierig einzuschätzen ich habe die irgendwie auf rechnung für einen platz relativ weit unten aber glaube trotzdem dass die eintracht noch ein bisschen braucht um für das absolute erfolgs- und befreiungserlebnis zu sorgen deswegen bin ich bei einem zwei zu zwei ich glaube der eine spielerische offenbarung wird es mit sicherheit wieder nicht vermute ich aber der kampf muss diesmal stimmen und deshalb gewinnen sie zwei eins schauen wir mal schreibt uns doch eure kommentare eure eure tipps mal in die kommentare wenn ihr mögt in diesem sinne heute eine etwas kürzere runde als zuletzt das war mir wie immer ein inneres blumen pflücken und bis zum nächsten mal das nächste mal